Willkommen zu Space Engineers, dem kleinen Ankündigungsvideo für unser großes Community-Event. Warum ich so schnell spreche? Wir haben keine Zeit und ich habe nicht mal die Zeit zu erklären, warum wir keine Zeit haben. Also deswegen schnell. Space Engineers war von Anfang an eines der beliebtesten Community-Projekte hier bei uns, bei den Spielkindern. Und mittlerweile haben wir uns überlegt, es wäre auch ganz cool, wenn wir mal eine Art PvP-Arena aufmachen könnten mit euch, mit der Community. Und deswegen seid ihr gefragt, wenn ihr Bock da drauf habt, dann schreibt hier unten in die Kommentare, dass ihr Bock habt. Wie ihr bei Steam heißt und welchen der beiden möglichen Community-Arena-Termine ihr bevorzugen würdet. Ich stehe noch mal in der Videobeschreibung, ich sage es aber kurz. 24. oder 26. Oktober, das ist Freitag bzw. Sonntag in zwei Wochen. Am 24. Oktober wäre das so um 20 Uhr abends, weil ich da noch relativ lange in der Uni zugange bin. Und am 26., das ist der Sonntag, da dann nachmittags so 15 Uhr ungefähr. Wir treffen uns an den jeweiligen Terminen im Steam-Gruppen-Community-Chat. Oder im Public-Chat unserer Steam-Gruppe. Und ja, da werden wir dann schauen, wie viel wir zusammenkriegen. Gut wäre, wenn wir so vier bis acht Leute wären. Also maximal acht, sonst wird es zu verwirrend. Ich denke, damit ist alles gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. Stimmt ja, das war der Grund. Das war der Grund. soda, today war der Grund. Das war der Grund.